Musik Boah, was ist denn jetzt los? Wir haben keine Kostromühe gescheucht und selben jetzt in... Breitbild, so ein breites Bild, ist das cool. Ja, das ist cool. Ab sofort in 720p gefilmt. Leider nicht alles. Telefon. Unser Programm für heute war, in die Wüste zu fahren mit einem Jeep. Also wir haben eine Wüstensafari gemacht. Das heißt, volles Programm mit einem Toyota Land Cruiser durchs Gelände gefahren. Dann waren wir sandborden und waren auf einer Kamelfarm, beziehungsweise dann abends neben der Kamelfarm in einem Beduinencamp und haben uns dann dort noch eine Tänzerin angeguckt und einen Tänzer, die ziemlich crazy drauf waren. Zu der Wüstensafari kann ich eigentlich nicht viel sagen. Müsst ihr euch einfach angucken. Da halte ich jetzt die Klappe und spiele irgendwelche lustige Musik. Bäm, viel Spaß. Da halte ich jetzt auch. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018